Herr Steinbrück hat ja ganz furchtbar ernst gesagt, die Welt wird nicht wieder so werden wie vor dieser Krise. Wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, muss man sagen, vielleicht ist ja auch die gute Nachricht. Die Welt wird nicht wieder so werden wie vor dieser Krise. Ja, weil wenn man überlegt, also wie sah sie aus, die Welt vor dieser Krise? Da gab es auch schon die ganze Zeit Arbeitslosigkeit. Da gab es dauernd irgendwelche Firmen, die wurden so weit nach Osten verlegt, da kamen sie im Westen schon wieder zurück. Und ich finde, vielleicht hat diese Weltwirtschaftskrise ja einfach auch ihre positiven Seiten. Man muss es mal positiv sehen. Ich finde, wir sollten dieser Krise einfach mal mit guter Laune begegnen. Wir sollten einfach mal dann vielleicht zusammen so was Schönes dann, so was Fluffiges sagen wie... Da hat der Aktienkurs sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Rutsch die Wirtschaft langgelegt. Oder vielleicht, dass wir dann einfach mal zusammen in den Turnieren so... Aber ist ja... Gibt's denn die Hypo? Reals ist nicht noch. Reals ist nicht noch. Oh ja. Ja, sie gibt's doch. Sie gibt's doch. Sie gibt's doch. Ja, sie gibt's noch. Sie stirbt jetzt noch nicht. Oder vielleicht einfach mal so dieser schöne Chor der Frankfurter Broker. Einen Dachs, den es komplett zerlegt. Bei dem sich kein Kredit mehr regt. Haben wir kaputt gemacht. Jawohl, das ist wunderbar. Ja, danke, danke, danke. Merkt ihr es? Merkt ihr es? Da kommt man doch einfach mal in so eine positive Stimmung rein. Und da seid ihr jetzt. Und ich glaube, jetzt seid ihr bereit, dass wir einfach mal nochmal so einen schönen... Ich sag mal, so einen Weltwirtschaftspositiv gucken, Motivationskurs zusammen machen. Ja? Tschakka! Okay. Gut. Nee, also ich sag mal, jetzt käme der Mitmachteil. Und Mitmachteil ist ja immer so ein bisschen so... Ich sag mal, so Junggesellenabschied, Schinkenstraße mit Jürgen Dreefs und man muss nüchtern bleiben. Da muss man mitziehen. Sonst bringt es nichts, ne? Also ich sag nochmal, Schakka! Schakka! Nee, es sind auch viele neue hier. Da hab ich total Verständnis für. Vielleicht mal so, also... Ich vor mir sagen, Schakka! Schakka! Ja, genau so, okay, Leute. Und jetzt konzentriert euch. Sprecht mir nach. Und meine lebensbejahenden Weltwirtschaftskrisen-Durchhalteparolen, die brennen sich direkt über die Fontanelle in euer Gehirn. Schakka! Jawohl! Und jetzt geht's auch los. Ruft mit mir aus. Wirtschaftskrise ist cool. Wirtschaftskrise ist cool. Schakka, jetzt nicht mehr. War schon gut. Ich fand's nett. Wenigstens mitgemacht, ne? Ja. Dankeschön. Okay, dann haltet euch fest. Wenn nämlich bald die komplette Wirtschaft einfach flugs den Bach runtergeht, dann ist auch nicht mehr Geiz ist geil. Nein, ruft mit mir aus. Geiz ist unnütz. Geiz ist unnütz. Jawohl! Und ohne Moos, ne, ist bei dem Kampf um den Verbraucher auch gar nichts mehr los. Nein. Wozu dann noch 20% auf alles, außer auf Tiernahrung? Warum dann noch Rüge, Wälder, Mühle? Das heißt, und jetzt macht er damit, kein RTL mehr. Ha, ha, ha. Wir sagen kein RTL mehr. Schalalala. Kein RTL mehr. Kein RTL mehr. Kein RTL mehr. Wunderbar. Und jetzt reißt es euch bestimmt von den Sitzen. Wenn ihr sowas von hoch erfreut ausrufen dürft, nie wieder Payback-Karten. Okay, ist das schon, wir haben ja gesagt, Schakka, ist mir doch egal. Und jetzt alle zusammen, nie wieder neuronale Zusammenbrüche, weil man sich beim Real verlaufen hat. Ja, Schakka, ihr seid so unfassbar übel abgefüllt worden, vorne am Eingang, glaube ich. Und deshalb öffnet jetzt bitte nochmal alle zusammen eure Stimmbandlippen auf Maximum-Overdrive. Für den jahrhundertealten, fiktiven und jetzt in Zeiten von Immobiliekrise und Inflation harte Realität gewordenen, guten Launer, Rezessionskrisen in 2009 und jetzt alle. Wir verzocken unser Oma, ihr klein Häuschen, ihr klein Häuschen, ihr klein Häuschen, ach, Schakka, füllen wir's auf. Wir verzocken unser Oma, ihr klein Häuschen und die erste und die zweite und die. Tick, tick, Schakka. Dankeschön. 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 Vielen Dank.